Hallo Welt, Hübschen, Mima heute ein bisschen nach einem Do-It-Yourself-Video und wir werden heute so simple H&M Ballerinas aufbetten und ich trage in der letzten Zeit wahnsinnig gerne Nieten und ich dachte, sowas könnte man daraus machen. Ich habe schon einen Schuh vorgemacht, damit ihr sehen könnt, was euch erwartet. Die sind eben mit diesen Nieten besetzt. Die Nieten zeige ich euch gleich. Das sind Nieten aus dem Laden nietenkaufen.de. Das sind solche kleinen Nieten. Ich habe die in 8mm und 6mm Höhe gekauft und ihr seht es vielleicht, in der Mitte unten ist so ein kleines Loch. Die kann man nämlich auch aufnähen. Ich werde sie aber auf diesem Schuh heute mit einem Universalkleber der Marke Uhu aufpicken. Das ist einer mit Polymer-Technologie. Hält sehr gut, trocknet nicht sehr schnell, aber er hält dafür wirklich bombenfest. Das heißt, ich habe damit schon einige meiner Schuhe sogar repariert. Was ihr dazu braucht, ist eben ein simpler schwarzer Ballerina. Der hier ist zum Beispiel von H&M. Hat 9,95 Euro gekostet. Dazu braucht ihr Nieten in verschiedenen Größen. Natürlich könnt ihr nur eine Größe nehmen. Das hängt nur von euch ab. Das ist Geschmackssache. Und ich habe mir als ein kleines extra solche Totenschädel gekauft. Uh, ist das gruselig. Und wir werden einen der Totenschädel eben in die Mitte geben. Und wir fangen jetzt gleich an. Welches Muster du wählst, hängt natürlich von deiner Fantasie und von deinem Geschmack ab. Was ich dir jedoch raten kann, ist, ein bisschen herumzuprobieren. Einfach die Nieten nur so ein bisschen drauflegen. Versuche einfach, verschiedene Muster zu gruppieren. Und mach dir vielleicht dazwischen ein paar Fotos und vergleiche sie. Wenn du dich dann entschieden hast, wie du die Nieten gruppieren möchtest, würde ich dir empfehlen, einen weißen Schneiderstift zu nehmen oder irgendeinen Marker. Und dir einfach die Punkte einzeichnen, auf die die Nieten kommen sollen. Du kannst das auch dazwischen abmessen. Und so kannst du sicher sein, dass beide Schuhe gleichmäßig sein werden. Tja, und der Rest ist sehr simpel. Alles was du tun musst, ist die Nieten zu nehmen, auf die Rückseite ein wenig von dem Kleber zu geben und kurz warten, sodass der Kleber nicht so ganz flüssig ist. Und dann drückst du die Nieten dort an, wo du sie haben möchtest. Falls du den gleichen Kleber verwenden solltest, wie ich, diesen Uhu Kleber, würde ich dir empfehlen, immer ganz kurz zu warten, so 10 bis 20 Sekunden, denn dann rutschen die Nieten nicht ab. Besonders auf den schrägen Stellen und auf der Hinterseite des Schuhs würde ich dir empfehlen, in dem Fall den Kleber direkt auf den Schuh vorsichtig aufzutragen. Sei wirklich vorsichtig, dass du keine Batzer daneben machst. Und lass dann wirklich so 10 bis 20 Sekunden antrocknen und erst dann drücke die Nieten an. Was nämlich passieren kann, dass durch das Eigengewicht die Nieten etwas verrutschen und dann könnt ihr das unschöne Kleberstellen auf dem Schuh verursachen. Aber ansonsten ist es wirklich kinderleicht. Musik 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 So, die Vorderseite hätten wir, jetzt brauchen wir noch Nieten auf der Rückseite. Musik Und wenn alle Nieten drauf sind, werde ich meinen Hund bitten, dass er eine Qualitätskontrolle durchführt und mir sagt, ob die Schuhe so in Ordnung sind. Und da der Hund zufrieden ist, darf ich die jetzt für euch vorführen. Musik 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 Und jetzt nochmal ein Blick von oben, wenn die Schuhe ausgezogen sind. Musik 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 So, unsere Ballerinas sind fertig. Musik Ich gebe zu, sie sind nicht Millimeter, Millimeter haargenau gleich, weil ich war ein bisschen zu faul und habe es mir nicht vorgezeichnet und außerdem, ich mag gerne diese Dinge einfach freihand machen, weil es für mich ein bisschen mehr Charakter hat und das mag ich einfach besonders. Musik Aber natürlich, wenn ihr das wirklich haargenau haben wollt, dass wirklich kein Unterschied zwischen den Schuhen ist, empfehle ich euch, euch so einen weißen Stift zu kaufen, denn die Schneider benutzen, mit dem ihr euch was vormalen könnt, dann könnt ihr euch das Muster mal zeichnen, abmessen und dann habt ihr das haargenau gleich bei beiden Schuhen. Und das bleibt natürlich euch hinterlassen, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen lässig und mag gerne ein bisschen Unterschiede ruhig haben. Es ist halt mit bloßen Augen nicht sofort erkennbar, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man vielleicht, dass irgendwo der Abstand doch ein bisschen anders ist, aber das ist okay für mich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht, einen Daumen hoch oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch nicht abonniert, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr euch, wenn ihr euch, ja, das ist wieder mal deutsch, wenn ihr hier ein Abo lassen würdet, schaut euch vielleicht die Startseite von meinem Kanal an, dort sind die Videos nach verschiedenen Themen geordnet. Das sollte euch ein bisschen helfen, euch hier besser zu orientieren und vielleicht auch ein bestimmtes Thema zu finden, was euch interessiert. Und ja, zu den Schuhen noch, wie ihr gesehen habt, es ist wirklich eine simpler Sache. Man braucht wirklich nur irgendwelche Nieten und dann Kleber und schon kann man sich austoben. Also ich finde, vielleicht hat euch die Idee gefallen, würde mich sehr freuen. Und ich danke euch allen fürs Zuschauen, freue mich euch beim nächsten Video zu sehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020